Kuschel-Video von Mike Layla löst Diskussion aus. Nach Mike Heiters, 31, Korb im Dschungelcamp schien sich die Romanze mit ihm und Layla, LaHua, 27, eigentlich gegessen zu sein, bevor sie überhaupt richtig gestartet ist. Doch ihre gemeinsame Geschichte ist wohl doch noch nicht vorbei. Wir können normalen Kontakt haben und dann schauen, wie es wird. Die Tür ist nicht zu. Sie ist beziehungstauglich. Aber man muss schauen, ob es dazu kommen könnte, erklärte Mike nach der Show. Ein offizielles Beziehungs-Outing könnte durchaus nicht mehr lange dauern. Auf Instagram veröffentlichten die beiden am Sonntagabend ein Video von sich, leicht bekleidet und kuschelnd im Bett. In ihrer Instagram-Story schreibt Layla zeitgleich. Heute bekommt ihr eine Überdosis Layla. Erst das Nachspiel vom Dschungel und jetzt gleich um 23 Uhr bin ich live bei Stern TV. Das Timing machte viele Fans stutzig. Wie kann Layla entspannt mit Mike im Bett liegen und kurz darauf in einer Live-Show zu Gast sein? Fans haben böse Vermutung, bewusst zur richtigen Zeit platziert für die Schlagzeilen. Live bei Stern TV? Also liegst du mit Mike nicht im Bett wie eben gepostet? Also bewusst zur richtigen Zeit platziert für die Schlagzeilen? Wow, kommentierte ein User entsetzt unter dem Post und schien vergessen zu haben, dass Fotos und Videos nicht immer unmittelbar nach dem Entstehen gepostet werden. Layla ließ den Vorwurf nicht auf sich sitzen und erklärte am nächsten Tag. Ich war erst um 23 Uhr live bei Stern TV. Ein weiterer User merkte daraufhin an. Ich glaube, der Kommentar war auf den Zeitpunkt bezogen, so kurz vor der Sendung. Sicherlich, das ist eure, du Mike, Entscheidung. Aber trotzdem ist da ein bitterer Beigeschmack dabei. Einige Fans nehmen die 27-Jährige aber auch in Schutz. Sie kann so lange mit Mike im Bett liegen, wie sie will, betonte ein User. Ein weiterer schreibt, ich fand den Zeitpunkt genau richtig. Kommt ja immer darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Ein anderer Follower merkt außerdem an. Meinst du ernsthaft, dass Fotos nicht schon älter sein können? Bei einer Sache dürften sich aber alle einige sein. Das Kennenlernen von Mike und Layla bietet auch nach dem Dschungelcamp reichlich Gesprächsstoff. Dschungelängen Förstet Dschungel